Hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück bei aCreativerse vor mir steht der Herr BärLP so wie es da steht bitte auch aussprechen Herr BärLP wenn dann und die bezaubernde Little Miss Louise die steht jetzt auch dafür die steht jetzt auch für die Finger weg was die habe ich schon viel eher gesehen als du ha ha Luther King Luther King Luther King was Loser King ja das auch Lex Loser King also wir wollten euch eigentlich die wahren Evil Chickens hier zeigen sind dagegen scheiße wir haben hier die wahren Evil Chickens aber leider hat das mit der Aufnahme gerade nicht so hingehauen und deswegen können wir sie euch jetzt gerade nicht zeigen vielleicht finden wir sie noch tauchen ja nachts auf um ja weiter Norden jetzt oder eine Osten ich gehe auch Osten weiter Richtung Osten nicht Richtung weiter hat du gehst am Norden jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr in den Norden in den Norden da ist so ein go west east zu den Norden äh ja was hey ab in den Süden ja was denn jetzt in den Norden in den Süden ihr müsst euch schon entscheiden wo bist du Eck du bist im Süden ach so du bist da du überlegst ja auch gerade ob ich jetzt hier rüber gehe oder nicht ne ja ich bin gerade echt im überlegen du ich habe ein Argument warum du da jetzt rüber gehst weil hinter dir nämlich auch so ein Bad Rock ist oder wie da auch immer dieser Pixie heilt was du musst was du kannst du tun ach ja wir sind heute in der tiefen Savanne von Afrika wir machen hier seriöses Let's Play ne richtig weißt du wir versuchen hier ein eine eine ein 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 Dokumentarfilm hinzukriegen und du kommst am ja natürlich hab ich hier was anderes erwartet nein weißt du was wenn schon denn schon pass mal auf warte warte was tust denn jetzt der witzige das zu sehen hast du chest gesehen nein na wenn er nichts drauf sagt dann ja nee nee warte mal da unten ach so ich soll unten warten ach so du bist jetzt da oben okay dann kannst du jetzt du kannst jetzt auch hier oben bleiben dann bleib mal da weil du musst das kannst du ja so bist du naa hoch runter hoch runter auf und nieder immer wieder ähm ja bereit? ja daaa sepenga hamakura da 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 wenn dann richtig hehehe ist die Folge schon wieder vorbei Nein, da habe ich gerade erst angemacht. Es geht sogar weiter. Ich kenne die zweite Strophe auf. Weiß mal auf. Die geht irgendwie so. Na, sie pen, ja, na, dann gehe ich mal wieder. Viel Spaß dabei. Ja. Ähm, ja. Nie schön. Es ist wunderbar. Also, ich glaube, sonntags denken meine Nachbarn jedes Mal, was geht da ab? Ja. Ich habe meiner Mutter darauf hingewiesen, dass es Sonntagabends immer ein bisschen lauter wird. Weil meine Eltern lieben ja genau nebenan. Irgendwann mal kamen, montags morgens gefragt, was machst du eigentlich abends, sonntags abends? Mit dem sprichst du da die ganze Zeit? Also hellhörige Wände. Dann sag deinen Eltern das nächste Mal, sie sollen die Videos gucken, dann wissen sie es. Machen sie ja. Machen sie. Okay. Meine Schwester. Hallo, Schwesterchen. Genau. Hallo. Ich hab's erwähnt. Hallo. Hab's dich erwähnt. Liebe Grüße an die Schwester. Ist nicht heute sogar Schwester... Äh, also Aufnahmetag, Schwester-Tag? Gestern war der Tag des Bierbauches. Oh wie süß! Frag mich nicht, woher ich das jetzt weiß. Der Crispy ist wieder on. Der Crispy. Ach, Crispy. Ja, wir sind noch in der... Sicher sind wir in der Aufnahme. Oder ist ein Bostock da? Ist ein Bostock da? Ist ein Bostock links neben dem? Der müsste jetzt auf die Zukunft. Echt jetzt? Wo, 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 wo ist sie gerade? Man hat das Glück gehabt. Das hatte ich noch nicht so wahrgenommen. Hatte ich nicht für voll genommen. Aua. Blub, 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 blub. Nein, um mal nochmal zurück aufs Kuh anzukommen. Ja, blub, 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 blub. Meine Mutter guckt auch die Videos. Oh, ja. Hallo Mama! Hallo Mama von Kia. Hallo Mama von Kia. Hallo Schwester von Kia. Hallo Kias Schwester. Tja, jetzt bin ich auch noch im Internet peinlich für die beiden. Ja, wenn du vorher nicht peinlich warst, jetzt bist du's. Ich bin... Man sollte auch den Finger von der Tastatur nehmen, wenn man nicht mehr laufen will. Ja, hat Vorteile. Da würde ich nichts... He-chel, 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 he-chel. He-chel, he-chel. He-chel, he-chel, he-chel. 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 Ich sag ja. Ja, ne, 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 ne. Da nicht lang. Blub, blub, blub. B-blub, blub, blub. Also es hat den Crispis jetzt gesagt, dass wir in der Aufnahme sind. Blub, blub, blub. Bitte was? Echt? Du hast den Crispy was geschrieben? Das wir auf... Ja, dass ihr aufnimmt. Ich will mal wir sagen, aber ihr nehmt hier auf, nicht ich. du bist ja aber dabei bist da bei mit meinen Schatten oder Julien bis dabei zum ersten Warte wie groß ist denn diese Savanne bitte verdammt groß ich nehme den Berg und du gehst außenrum ja sicher siehst du genau deswegen alter boah wie geil ist das denn cool siehst du das Loch ja geil hallo Maus oder was auch immer du bist Brrrmbrrrmbrrrmbrrrmbrrrmbrrrmbrrrr Schoko ja ja erzählt mal was ihr seid so leise warum seid ihr so leise Wofür ist das? Weiß du noch früher? Nein... Das war so... so klang früher Techno. Das war kein Techno, das war einfach nur das Versagen des Walkmans. Wenn das Banzo gekrisselt war... Boah, was sind das denn für geile Bäume hier? Moment, ich seh sie noch nicht. Die wachsen komisch, ne? Ja, die wachsen komisch. Sehen aber geil aus. Wollt ihr jetzt sagen Pampelmusen sein? Ich meine, sollen das Palmen darstellen? Könnte sein. Was ist denn das für ein Holz? Schormut. Ach, das wollte ich da mal schließen. Geil. Pampelmusen. Hübsch. Hat was, ne? Hübsch, hübsch. Oh, guck mal, hier sind Kakteen. Gaktusen. Gaktusen. Oh, du ist so eine Kaktusse, ne? So, hab ich mal genommen, den Kaktus. Mehr, Mehrzahl von Kaktus, ne? Kaktusse. Oh, da gibt es sogar eine Kaktusflower raus. Ja. Ja, der Kakteen sind ja, äh, schon länger dabei, ne? Ja. Ja. Hatten wir schon in der alten Welt. Echt? Ja, das stimmt. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern, ist es schon wieder 20 Jahre her. Ja, du hast ja auch ein kurzer Gedächtnis wie ein Goldfisch, ne? Oh, wie schön. Ach, so eng, so klein, so klein, so klein, so klein, bing. Ach, wie schön. Ist da Loch? Sich selbst. Oh, da, da, da leuchtet was. Ja, ja, ja. Hier unten, ist das Kohle oder ist das Obsidian? Ist das... Keine Ahnung, aber es ist ja auch egal. Ist geil, wir haben ja... Du ja auch nicht. Nö, ich dachte, du nimmst mit. Ich dachte, du nimmst mit. Wenn man sich auf dich verlässt, ist man verlassen. Ja, ich verlasse mich doch immer auf dich. Ich verlasse mich auf dich. Ich bin verlassen. Vielleicht sollten wir es einfach lassen mit dem Verlassen. Hahaha. Vielleicht... Was ein schrecklicher Wort. Witz. Wortspiel, Wortspiel. Wortspiel, Wortspiel. Spiel das Wort. Spiel das Wort. Wo ist es? Weg. Das war eben ja auch gerade. Ja, genau. Ist weg. Weg. Wech. Ein CH. W-E-C-H. Weg. Nee, ich... Ganz vielen Buchstaben. Ganz vielen Buchstaben. Da war kurz was kalt. Auch nicht schlecht. Was war denn hier kalt? Ach, die Höhe. Auf jeden Fall, die sind 100 Grad. Ja, es ist hinter uns. Hinter uns? Es ist hinter uns. Sie haben einen galten Arsch. Bodum. 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 Was? Hä? Nichts. Was ist mit Bodum? Oh, Wasserfall. Ah. Juhu. Wasserfall. 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 Die Niagarafälle. Wasserfall. Jippie. Der Watterfeld. Brum. Brum. Oh, noch nicht mehr. Blub, blub. Da fällt das Wasser. Ha, ha, ha. Eh. Eh. Et fällt, et fällt. Wat fällt es denn? Hä? Kenne ich das Holz? Welches Holz? Ja, sicher, sicher. Der Elder Skullwurt. Ha, ha, ha. Wie geht's ja mal? Nach unten. 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 Schlag doch mal ein Thema vor, über das wir reden könnten. Urlaubsziele. Urlaubsziele. Ja, wo wollt ihr denn mal, nee, oder anders, wo wollt ihr denn mal gerne hin? Gibt es einen Ausflugsort, wo ihr sagt, ja, da will ich hin, ne? Ist das jetzt hier Pusomuckel oder New York oder vielleicht eine bestimmte Veranstaltung? Tokio würde mich gerne mal interessieren. Mit Hotel? Ha, ha, ha. Ja, weil so schlecht das schon fast gut war. Tokio. Ja, Tokio. Doch, Tokio wäre schon cool. Du bist ja sowieso so ein Japan-Fan, ne? Ja. Ich war gerade überlegen, hab ich jetzt richtig gesagt, aber ja. Ne? Miss? Madame? Du bist die einzige Madame, die wir hier haben. Hab es jetzt nichts gehört. Denk dran, die einsieswache Frau im Tier ist. Yeah! Ey, siehst du auch diese Viecher? Achso, die kenne ich schon. Da sind, da sind, da ist Mr. Krabs. Yeah! Mr. Krabs. Dr. Bob. Rockstar. Oh, hier ist ganz, 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 ganz viel Wasser. Butter. Äh, kann das sein, dass das Ende der Welt jetzt mit Wasser gefüllt wurde? Es wurde geflutet. Ich muss durch den Monsoon. Am Lidl vorbei. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's los. Aber weißt du was? Dieses Lied können auch nur wir alten Säcke noch singen. Ich muss in den Konsum am Lidl foltern. Nichts nicht. Wieso, kennst du noch den Konsum? Ja. Du kennst den Laden noch? Nein. Kennst du Co-op? Ja! Ja, das ist, das ist Konsum. Co-op? Ja. Ja, Co-op ist jetzt Edeka. Ja, genau. Die ist früher mal Co-op. Stimmt. Genau, das waren die ersten Co-op-Spiele, die man machen konnte. Was sagst du denn dazu? Dam, dam, dam. War der lustig? Nein. War der lustig? Nein. Nein, siehst du, dreht mir den Arsch zu und geht. Also war nicht lustig. Was machst du da wieder bei den Vögeln? Ha. Na. Herr Fischer, Herr Fischer, ich wollte Ihre Tochter zum Fischen abholen, aber ich heiße doch Vogel. Ha, ha, ha. Was ist das denn hier? Was? Hier ist, hier ist Weed. Guck mal zum Weed, guck mal zum Weed. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, hinter dir. Hinter dir. Bist du in den Natter? Weed? Ja, fast. Ja, guck mal hier. Diese kleine Karpelpflanze, die vor mir ist. Weeds. Weeds. Oh, geil. Cool. Mitnehmen. 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 Also wenn sie jetzt nicht antworten, dann sind die total hart. Ja, wir haben es noch nicht getrocknet. Dann heißt es dicht. Oh, guck mal hier. Also Tokio. Guck mal hier gibt es auch andere. Hier gibt es Driftwood. Das driftet gerne. Tokio Drift. Wo wir wieder bei Tokio wären. Ja. Alle wegen gefühlen nach Tokio. Das war Rom. Also eh nicht. Ist auch ein O drin. Du kannst übrigens die Muscheln einzeln sogar sammeln. Ja, ich weiß. So, und der Herr liebe Gesangsverein, der vor mir rumschwirrt. Ja. Wo möchtest du gerne mal hin? Ja, Tokio wäre schon geil. Tokio wäre schon geil. Das ist auch schon so eine Stadt, die man auch mal gesehen haben sollte. Ja. Tja, es muss ja nicht lange sein. Also ich glaube, so ein langes Wochenende wäre, würde ja heißen. Also da muss ich auf jeden Fall zwei, ja. Eine Woche auf jeden Fall. Eine Woche Minimum. Aber auf jeden Fall, da brauchst du so viel. Okay. Weil du hast ja... Wo möchte denn der Herr Alex hin? Ja, warte. Bei Tokio ist es ja so der Fall, du hast ja einmal diese moderne Welt, ne? Und dann noch das Traditionelle. Allein deswegen muss man schon, wer weiß, wie viel Zeit mit rechnen und sowas. Uah. Uah. Du hast so gehört. Uah. Also, wo ich gerne mal hin möchte, ist, okay, Städte an sich. Ich würde mir gerne mal New York angucken, wenn wir jetzt mal nur Städte nehmen, ne? Da reizt mich ehrlich gesagt nichts hin. Ach, doch. Ich möchte schon gerne, weil, ähm... Also sehen, ja. Ja, ja, klar. Also so eine American Tour, das wäre geil. Wo du wirklich sagen kannst, so, ah, du hast New York gesehen, du hast Los Angeles gesehen, sowas ungefähr, ne? Wobei ich glaube, wenn du einmal in New York warst, reicht das auch. Denke ich mal auch. Es sei denn, sie packt dich, ne? Also, das ist wie Hamburg zum Beispiel, ne? Ich finde Hamburg geil. Ich finde es, es ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja. Neben Dortmund natürlich. Ne, natürlich. Ich wollte gerade sagen. Natürlich. Dortmund schönste Stadt der Welt, Hamburg schönste Stadt Deutschlands. Genau. Jetzt mal so im Ernst, hier, äh... Und alle, die jetzt sagen München, nein. Nein, ach Quatsch. München hat nur ein Hofbräuhaus. So, haha. Obwohl, München würde ich auch gerne mal sehen. Ja, also mal angucken. Einmal nur, um zu sagen, ich war da. Mhm. Also ich war als Kind wohl einmal da. Weil wir ja da ein Haus haben, in Bayern. Und, aber, da war ich drei, vier, oder fünf, auch keine Ahnung. Und, aber das wird mich auch nochmal... Also gestern warst du da. Ich bin eins. Ja, dann warst du doch gar nicht da. Wie kannst du dann sagen, du warst schon mal da? Deswegen will ich ja nach München. Damit sie mal sagen kann, sie war da. Also ich, ich glaube schon, dass man in Deutschland sagen kann, ähm, München, Berlin, Hamburg und Dortmund. Ja. Na? Ja. Bis auf München habe ich alles abgeklappert. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, da lalalalalalalalalala. Was auch immer du da tust. Ich, ich, ich... Also fein gemacht. Ich, ich schwimme gerade eben über den, ähm, Ozean. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Und ob es weitergeht. Ich weiß nicht, aber es könnte wirklich sein, dass sie jetzt anstatt den Nebel Wasser eingebaut haben als Grenze. Naja, ich werde es sehen. Zur Not teleportieren. Ja, genau. Weil es sieht nämlich echt so aus. Als wenn das jetzt das Ende ist. Wenn ein Drache, wenn ein Dino, äh, Dino. Was denn jetzt? Drache, Dino. Was war denn das für ein Viech, ein Löwe? Nein, ein Tiger war das im Boden. Ein Tiger war es. Na, wenn du einen Tiger triffst, hast du die Arschkarte. Der Tiger bin ja ich selbst. Er ist dann... Er ist dann... Tom Jones. Dachte, du bist ein Bär. Nein, wenn das jetzt... Er ist ein Tigerbär. Er ist T-I-Doppel-Görn. Ein Tigerbär. Gestreifter Bär, ne? Ein gestreiftes Teddy. Wow. Oh, wie schießt. Ich stell mir das gerade vor, so ein Teddybär mit 7,3,3 Monat, Tigerstreifen drauf. Wie süd. Der Tigerbär. Tigerbär. Ja. Also ich glaube auch, dass das das Ende, ähm... Das wird das Ende sein. Definitiv. Defilative. Das ist die End of the World. Die End of the World. Kommt grad nicht auf den Täckchen. Ich auch nicht. Ciao wieder, world. Keine Ahnung. What? Oh, hier gibt's totes Gras. Totes Gras? Nee, ohne Witz, totes Gras. Nein. Au, ich hab voll krass. Ich fühl mich momentan hier wie Weiß-Trended-Deep hier. Nur ohne Insel. Nur ohne Dieb. Ah. Ähm. Ja. Hier gibt's Eis. Wo gibt's Eis? Was für ein Eis? Malaga? Ich strazze Teller. Ah, strazze Teller. Strazze auf den Teller. Strazze. Und da hätte ich ja so immer wieder Bock drauf auf Eis. Snow, hier ist Snow. Das hätte doch schon mal Snow. Wo bist du eigentlich? Ich, irgendwo. Achso. Das Land! Nein, er hat Land gefunden. Tatsächlich, hier ist Land. Juhu. Oh mein Gott. Und hier jetzt wird's dunkel. Na, tolle Wurst. Und hier sind ja auch nicht irgendwelche Tiere oder so. Nein. Alter, hier ist wirklich Land. Wie schön. Haar, ich fühl mich gerade wie Christoph von Kolumbus. Schau. Ich hab Amerika entdeckt. Bin ich... Nee. Doch, Amerika. Was schon sich andere vor ihm gemacht haben. Oh, ich steh. Ja, und er hat's nur offizieller gemacht als die anderen. Und er sich nicht verfahren? Wollte er nicht was anderes entdecken? Indien. Er wollte eigentlich ne Fahrt nach Indien machen. Deswegen heißt es Indiana jetzt auch so. Na, okay. So, wo bist du eigentlich? Ich bin einmal über den Teich geschwommen. Indien. Richtung Osten. Indien. Richtung Osten. Indien. Dann müsste ich da eigentlich über den Schnee laufen. Weiß nicht, ob ich das will. Entdeckt werden. Ja, eben. Ah, schön. Haar. Und ich werde dieses Land nennen Amerika. 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 Ja, weil... Weil es nämlich im Osten liegt. Amerika liegt im Westen. Das heißt jetzt auch nicht... Amerika. Amerika. Ach ja. Schön so alleine hier. Da hat sich gerade so ne Krabbe vergewandelt. Vergewandelt? Ich dachte, er sagt jetzt vergewaltig. Ja, das auch. Geh weg, du blödes Pixi. Pixi, Pixi, Pixi. Bist du sicher, dass Pixis blöd sind? Vielleicht sind die ja voll klug. Nein. Wir werden sie wieder fahren. Ich mache mir hier mal so ein bisschen Licht an. In der Hoffnung, dass die Viecher nicht ankommen. Wanderst du jetzt in Richtung Osten weiter? Nein. Ich stehe auf meinem Hügel. Oh, da ist ne Chest. Scheiße. Ne, was war das? Hühühüh. Hühühüh. Ich hänge hier fest. Nein. Ich hänge hier fest. Er hat ne Hänger. Oh, hier ist ne Chest. Ja, hier bei mir auch. Hängen, 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 warum? Ach, ja. Ja, ich... Ach, weißt du, was krumm, ey? Was soll der Geiz? Mehr als sterben kann ich nicht. Echt? Schauen rum. Äh, 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 Ausgang, Höhle? Weiß. Äh, Ausgang, Höhle? Weiß. Du ist in der Höhle drin. Weil die Chest in einer Höhle war. Wieso? Ach, wuh. Dieses kleine Datei hat es uns nicht gesagt. Ich geh jetzt mal. Nimm, 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 nimm. Komm, nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Und wenn er nicht gestorben ist, dann rennt er noch heute Richtung Osten. Mach du mal. Na toll, hier ist Wasser. Und jetzt? Weiter. Ja, weiter. Richtung Osten. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. Das warte ein kleines Hüßdöcke. Wird doch einfach ins Wasser springen können. Die Viecher greifen mir eh nicht im Wasser an. Stimmt. Immerhin Leuchtturm. Ah, 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 ah. Dann ist die Welt aber verdammt groß geworden, ne? Jep. Ihr seid doch froh. Ja, natürlich. Mal gucken, wann ich dich sehe. Ja, so schön. Mach mal ein Foto von. Foto von. Foto von. Foto von. Foto von. Das Foto von. Von Birne. Was? Foto von Birne. Foto von. Ich wünschte mir, wie bei Minecraft, jetzt ein Boot. Bimimimimim. Ja, wir haben es beim ersten Mal schon registriert. Ja, sicher? Ja, ich habe doch gesagt, oh, schon. Ja. Also ich sehe dich noch nicht auf meinem Kompass oben. Und weiter Richtung Osten. Und die Reise geht weit. Da werden die Helden zum Ziel kommen. Was ist du denn jetzt? Ich mache einen Nebelraum für dich. Ach so. Hier ist aber kein Nebel. Nebel. Keine Kame. Ist auch ziemlich weit. Leider ist es ja... Das Land. Keine Kame. Siehst du zu... Da, 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 da ist Land. Immer noch keine Kame. Wieso hast du schneller Land gefunden als ich? Keine Ahnung, da ist ein riesengroßer Baum drauf auf einer Insel. Mehrere große Bäume auf einer Insel. Ja, gut, okay. Das Problem ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ich, ich auch nicht. Warte mal. Aber, ähm, du könntest jetzt immer noch den Teleporter machen. Genau, ich könnte mir da jetzt gleich eben, mir vor allen Dingen, ich könnte dir da gleich den Porter hin, den Perry hinstellen. Den Harry Potter. Den Harry Potter. Und dann kannst du dich teleporten, äh, zu den Harry Potter. Das war perfekt grammatikalisch, richtiges Englisch. Teleporten zu dir. Of course. Ne, meine ich doch. Dann mach doch mal. Also für alle englischsprachigen Zuschauer, unter den Zuschauern oder Zuhörern oder wie auch immer, es tut mir leid. Du kannst dich jetzt tele, ähm, teleporten. Moment. Neotraxe, teleporten. Ich, tut er mir leid. Teleportation, 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 teleportation. Welche Messer? Hinter dir. Im Wasser. Ich seh doch nix. Ich hab auch noch Ladebillschirm. Ich plansche nämlich, dieser Stein ist echt schön. Ja. Ich mein den im Ladebillschirm. Ja, ja, ich weiß. Ladebillschirm, Ladebillschirm, Ladebillschirm. Ich würd so lachen, wenn das jetzt bei mir um die Ecke gewesen wär. Glaub ich auch. Wahrscheinlich. Da jetzt wahrscheinlich nach links gucken können, der jetzt wahrscheinlich meint, ja. Du hättest bestimmt mein Turm gesehen, der am Leuchten war. Der jetzt ist eine Erleuchtung gesehen. Ja, Leuchtung. Oh Gott, wie so eine Sekte hier schon, ne? Ja, Leuchtung. Come to the dark side, we have cookies. Echt? Oh, welche? What for cookies? Ich hab cookies. Oh, da fällt mir gerade was an. Ich nehm mal ein little bit of sand mit. Ich hab endlich Cookies. Danke, Mama, für die Cookies. Bitte, mein Schatz. Das ist gruselig. Ja, das find ich jetzt allerdings auch gerade. Also, ich hab die Cookies geklaut. Wer hat die Cookies geklaut? Ich was, ich was. Ich was, wenn dann schon. Du hast sogar Laubboden hier. Wie geil ist das denn? Wo sind der Laub? Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann, würde ich mal sagen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Ach, und alles weiter. Ihr wisst ja, was die zu tun ist. Geh? Ja. Ja, dann würde ich mal... Wow. What's that? Ich hab mich vertippt. Achso, vertippt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, das ist wieder los. Ja, richtig. Ja. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.